Unsere Wahrheit macht uns frei. Freiheit ist unser höchstes Gut. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lebe-Glücklich-Podcast, dein Podcast für deine Seele. Mein Name ist Linda Gies und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Die Frequenz der neuen Zeit ist die Frequenz der Wahrheit. Die Frage ist, gibt es die eine Wahrheit oder macht es Sinn, die eigene Wahrheit kompromisslos zu leben? Und vor allem, wie geht das? Heute möchte ich gerne mein Geheimnis mit dir teilen, welches mir dazu verhilft, meine Wahrheit zu spüren und diese konsequent zu leben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Für mich war das immer ein Buch mit sieben Siegeln. Ich konnte einfach nicht richtig fühlen, was meiner Wahrheit entspricht und war lange Zeit Getriebene meiner Rationalität. Mein persönliches Streben gilt mit aller Kraft meiner Freiheit. Dieses Ziel trug mich die vergangenen Jahre durch verschiedene Bewusstseinsebenen und Erfahrungswelten. Dieses Ziel der Freiheit wurde bei mir schon in jungen Jahren angelegt, da ich als Halbspanierin mit einer sehr einschränkenden Erziehung konfrontiert war. Mein Vater hatte als Spanier andere Vorstellungen davon, wie ich mich als Mädchen zu verhalten hatte, als ich. Ich war mit einem sehr ausgeprägten Temperament ausgestattet. Die ersten Jahre meines Lebens rebellierte ich, wo es nur ging. Eine unbändige Wut gegen Einschränkungen jeglicher Art begleitete mich. Ich versuchte mich als Punk, als Rotzgöre, als Grufti, als lautstarke Rockröhre und noch einiges mehr. Als ich mich als junge Erwachsene frei entfalten konnte, stellte ich fest, dass ich immer noch nicht frei war. Überall begegneten mir Regeln, Gesetze, Auflagen, gesellschaftliche Strukturen. Ja, und gegen all das habe ich mich aufgelehnt. Ich regte mich über alles Mögliche auf und empfand auch alles als einen persönlichen Angriff. Es sollte noch Jahre dauern, bis ich begriff, dass meine Gedanken und meine innere Ausrichtung mich unfrei machten. Erst als ich mich bewusst auf den spirituellen Weg begab, um tiefe Freiheit in mir selbst zu finden, dämmerte es mir langsam, dass mein Ziel der Freiheit ein wahrscheinlich lebenslanger Prozess sein würde. Ich übte mich im positiven Denken, erlernte, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind, bändigte meine Wut und meine ohnmächtige Traurigkeit, um dann wieder mühsam zu lernen, diese Gefühle zuzulassen und anzunehmen. Ich schaffte es irgendwann, Bewertungen und Beurteilungen weitestgehend abzulegen und spürte, wie ich immer weniger schlecht über andere Menschen sprach und dachte. Ich begab mich auf Reisen und traf Weise Gelehrte aus unterschiedlichen Kulturen und saugte ihre Weisheit förmlich auf. Ja, all das machte mich schon sehr frei und zwischendurch dachte ich auch immer wieder, ich wäre am Ziel angekommen. Doch dann manövrierte ich mich immer wieder in Situationen, die mich bedrängten, mich zu verbiegen. Und dieses Verbiegen müssen schnürte mir fast die Kehle zu und doch erkannte ich genau, dass ich mich selbst dorthin gebracht habe. Rückblickend betrachtet sehe ich genau, dass ich zu Anfang jedes Mal wusste, dass der eingeschlagene Weg nicht richtig ist. Es war zum Verzweifeln. Wieso gelang es mir nicht, auf meine innere Stimme zu hören und einfach zu mir zu stehen? Wieso erkannte ich meine Wahrheit nicht? Jedes Mal fing mein Verstand an, mit mir zu diskutieren, bis ich der Logik folgte und Dinge zusagte, nur um andere nicht zu verletzen. An dieser Macke habe ich mir jahrelang die Zähne ausgebissen. Heute fällt es mir sehr leicht, kompromisslos zu mir und meiner Wahrheit zu stehen, komplett klar meinen Weg zu gehen. Ich fühle mich frei und lebe so, wie es meiner aktuellen Wahrheit gerade entspricht. Seitdem gerate ich immer seltener in unliebsame Situationen und es öffnen sich mir Türen, ohne dass ich mich groß darum bemühen muss. Anstrengend wird es immer nur dann, wenn ich aus rationalen Gründen Entscheidungen treffe, die nicht mit meiner reinen Herzenswahrheit in Verbindung stehen. Was mir den endgültigen Durchbruch geschenkt hat, war der Moment, als ich aufhörte, nach meiner Wahrheit zu fragen. Denn das Suchen nach meiner Wahrheit hat immer meinen übermächtigen Verstand auf den Plan gerufen, welcher dann in endlosen Für- und Widerdiskussionen versackte und am Ende war immer ganz viel Denken, ganz viel Unsicherheit und ganz wenig Herze übrig. Ich diskutiere nicht mehr, nicht mehr mit mir und auch nicht mehr mit anderen. Ich fühle nur noch in mich hinein. Geht das gerade mit mir in Resonanz oder nicht? Alles ist Schwingung. Alle Schwingung ist über die Resonanz miteinander verbunden. Was nicht miteinander in Resonanz geht, verbindet sich auf der Schwingungsebene auch nicht miteinander. Das ist auch in der Natur und im Tierreich so. Nur wir Menschen halten das anders, indem wir den Verstand bemühen, anstatt auf die Resonanz zu achten. Ich frage mich nur noch, ob etwas mit mir in Resonanz geht. Wenn nicht, frage ich auch nicht mehr nach dem Grund, sondern akzeptiere, dass dies Grund genug ist. Ich brauche mich nicht mehr zu erklären, nicht zu entschuldigen und nicht zu rechtfertigen. Dieses können wir auf alles anwenden. Auf Partnerschaften, neues Jobangebot, Weiterbildung, eine Freundin, die mich besuchen will, was ich essen möchte und wie ich meinen Tagesrhythmus gestalte. Ich brauche kein richtig und kein falsch mehr. Kein besser oder schlechter. Keine Vorsorge und kein Bereuen im Nachhinein. Keine Moral und keine Regeln. Nichts von all dem hat mehr Einfluss auf meine Entscheidungen. Wir Menschen sind ein Resonanzkörper und wir haben einen Resonanzkörper. Erstens bringen wir über unseren gesamten Körper Töne und Schwingungen hervor und zweitens zeigt uns unser Körper sehr wohl, womit wir in Resonanz gehen und womit nicht. Zieht uns ein Duft an oder stößt uns ein Geruch ab? Schmeckt uns etwas oder ruft es Abneigung hervor? Mal mögen wir Wärme, mal ziehen wir Kühle vor. Manche Musik hebt unsere Stimmung und andere regt uns auf. Manches, was wir sehen, erfreut uns und bei anderem können wir nicht hinsehen. Manches beruhigt uns, löst Freude und Frieden in uns aus und manches sorgt für absolute Unruhe. Da wir alle verschieden sind, brauchen wir uns über unsere Resonanzen auch nicht mehr erklären und wir brauchen nicht mehr miteinander diskutieren oder uns vom Gegenteil überzeugen wollen. All das macht wenig Sinn und erzeugt nur Chaos. Jeder hat seine ganz eigene Resonanz. Eine Teilnehmerin aus meiner Ausbildung zur Chakra-Therapie hat lange mit sich gerungen, welchen Schwerpunkt sie in ihrem neuen Business setzen soll. Kaum hatte sie sich von Herzen für ihre Wahrheit entschieden, kamen viele Ratgeber von außen und rieden ihr ab. Das Thema wäre zu kritisch, sie würde bestimmt keine Klienten bekommen und einiges mehr. Sie entschied sich verstandesorientiert wiederum für ein gemäßigteres und angepasstes Thema. Ich persönlich fand das mega schade, da ich spürte, was für einen guten Riecher sie hatte für ihr Thema und dieses Thema passte so mega gut zu ihrer Herzensschwingung. Im Laufe der Ausbildung wurde die Teilnehmerin immer weiter gestärkt und über die Anforderungen der Umsetzung wurde ihr bewusst, dass sie immer wieder auf ihr eigentlich zuerst gewähltes Thema aufmerksam gemacht wurde. Sie spürte, wie sehr sie damit in Resonanz ging und entschloss sich, zu ihrer Meinung zu stehen. Etwas später wurde sie zu einem Vortrag gebeten, auf dem sie über ihre Arbeit sprechen sollte. Die Anwesenden fingen an zu kichern, als das entsprechende Thema von ihr vorgetragen wurde. Früher wäre sie im Erdboden versunken, doch nun brannte sie für ihr Thema und hielt eine, wie sie selbst sagte, flammende Rede. Und siehe da, die Stimmung im Saal kippte. Begeisterung und Neugierde wurde ihr entgegengebracht. Die Anwesenden erkannten, wie wichtig das Thema für jeden Einzelnen ist und sie fanden es mega spannend. Auf einmal fand sie sich selber vor, umringt von Fragestellern und interessierten Menschen, die so gerne mehr wissen wollten. Das war fantastisch. Kurz danach hatte sie ein richtig, also aber so ein richtig, richtig großes Coaching, welches sie selber geben durfte. Sie rief mich danach voller Freude an und sagte, Pah, Linda, nur so will ich arbeiten. Das ist voll mein Ding. Dafür brenne ich. Damit gehe ich voll in Resonanz. Ich will auch nur solche Klienten anziehen. Danke, das habe ich überwiegend deiner Ausbildung zu verdanken. Ohne hätte ich mir das niemals zugetraut. Unsere Wahrheit macht uns frei und unsere Wahrheit erkennen wir über unseren Resonanzkörper. Wir können es fühlen, jeder auf seine Art und Weise. Klar können wir uns auch gegen unsere Resonanz entscheiden und gegen unsere Resonanz Leben. Es ist einfach nur ganz fürchterlich anstrengend. Ich lade dich ein, mit mir in den Austausch zu gehen, wenn du spürst, dass die Ausbildung zur Chakra-Therapie mit dir in Resonanz geht. Wenn auch dir diese Ausbildung zu deiner persönlichen Freiheit verhelfen darf, dann melde dich bei mir. Du erlernst die Heilarbeit der Chakra-Therapie, bekommst ein Jahr lang Bewusstseinsschulung und wir erarbeiten gemeinsam dein Business, welches dir ein Leben in Erfüllung, Fülle und Freiheit schenken wird. Von Herzen, deine Linda Bindernstern. 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 Vielen Dank.